Hallo, ich heiße Seyra und das ist mein Wochenende. Am Freitagmorgen ziehe ich mich an und fahre in die Schule. Ich bin in der Schule von 8 bis 10 nach 2. Um 10 nach 2 habe ich Mittagessen. Ich esse Gemüse mit Kotelet. Danach mache ich meine Hausaufgabe und sehe fern. Später schwimme ich an Estran. Um 7 Uhr gehe ich zum Theaterunterricht. Ich komme dann nach Hause zurück. Zuletzt esse ich und gehe ich mit meiner Freundin in eine Kanade. Am Samstag gehe ich nicht in die Schule, deshalb stehe ich spät auf. Wenn ich aufstehe, wasche ich mich und früchte. Um 11 Uhr räume ich auf. Dann gehe ich spazieren mit meiner Familie. Anabek hat meine Schwester Geburtstag. Natürlich komme ich zu meinem Geburtstag. Wir schenken ihr ein gelbes Motorrad. Und dann essen wir viele Susigkeiten und spielen Karten. Das ist großartig. Später dusche ich und ab 9 Uhr sitze ich am Computer. Und später gehe ich ins Bett. Am nächsten Tag früchte ich ein Baguette mit Käse und Schinken. Und meine Familie und ich besuchen den Teele. Wir machen eine Form. Am Sonntagmittag gehen wir ins Restaurant. Wir essen viel mit Reis und als Dessert Eis mit Obst. Dann gehen wir auf den Markt. In der Nacht lese ich mein Lieblingsbuch und gehe schlafen. Ich finde mein Wochenende wunderbar. Viele Grüße. Tschüss.